einen wunderschönen guten tag zum nächsten adventstürchen diesmal mit dabei der mg muss mit guten tag hallo schön dass du dabei bist wir haben ein wunderschönes spiel rausgesucht das heißt jetzt ist lasse ich den mg mal reden christmas rampage oder sanders rampage ja in der englischen version mehr oder weniger mein gott hier und in der deutschen ist es christmas rampage ja also sehr viel unterschied aber naja man muss nehmen was man kriegt okay du hast es schon mal gespielt richtig ich nicht nicht noch niemals nein oh gut dann ist das super wegen hat mir ja julchen in die hand gedrückt geil mach mal mach mal am steuer wird der englisch das heute machen okay wenn ich euch einmal dabei habt dann lasse ich ordentlich mitwirken also du faulet stück nein nein gar nicht so start work würde ich mal sagen sanders rampage wir wissen gar nicht um was es geht eigentlich nur säubern okay sie dürfen vorlesen okay will ich das überhaupt brief workshop aha 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 das kriegt man so hin okay ich habe mob in der hand ja da kannst du glaube ich diese blutspuren es muss aber zu machen ja einfach so einfach würde ich gerne daheim auch putzen ja ach so du hast jetzt ist ein mob dreckig wie macht man ich mache hier sauber genau so leicht willst du es daheim auch mal haben ja macht man den sauber ja okay gar nicht immer her du und als in den ofen du hast drin in ofen rein dorte okay er bietet sich an genau das wollen deine hände er lässt nicht fallen wie hast du es denn aufgenommen mit maus ach so vielleicht die rechte maus hast du dann könnte ich versuchen jetzt liegt es daneben ach du musst es zu schmeißen aber so alles klar ist das nicht ein schönes weiner das spiel sehr weihnachtlich höher genau wir räumen erst mal auf ja erst mal jeden verbrennen hier was für eine sauer rei also ich bin ja wenn die wichteln die richtig handeln muss so was konsequent durchgezogen aber jeden fall aber so eine massen vernichtung ja das hätte man gleich im ofen machen können ja dann hätte man hinterher weniger zu tun ja komm her schön schön wie er in der ecke liegt so der ofen wird schon langsam hübsch voll ja die oh oh ja der ist ziemlich zerstreut der gute oh ja 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 der hat ein bisschen kopflos agiert der gute junge tja ich weiß nicht wo ich mit dem kopf stehe nicht wirklich so so ich mache jetzt erst mal den raum hier alle andere mache ich später richtig komm her wie so eine puppe ist es ja auch eine leise eine leise eine tote leise ist das was haben wir hier noch irgendwie metalldetektor oder sowas sieht zumindest so den mapp müssen wir irgendwie sauber oder hast du irgendwo ein eimer ein eimer ein eimer wäre natürlich klasse nicht mit blut er gerade ging es mal kurz machst du gerade sauber ne wirklich gucken ob du irgendwo ein eimer findest muss das ding wieder sauber kriegen das kann nicht so schwer sein die steuerung geguckt zumindest macht da nichts mehr dreckig doch 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 gewaltig sogar was bist du das ist ein ofen slush matic ok kann bestimmt öffnen wenn ihr die hand ah ein eimer mit wasser hoch ob es jetzt ist er leer das ist super komm mir neun so und den kann man normal aufnehmen oder ist das immer schwierig es scheint es ist nicht so leicht so jetzt sind mob darin okay wird gemacht ja perfekt gott sauber so machen wir wieder sauber ruhig das geht aber schnell ja da ist aber ganz oft muss ich sehr ist mich verarschen ja solange jetzt ist er weiß und jetzt wieder tunken am besten ja also da muss man schon filigran arbeiten ja kann man kann ja nicht so hushihushi arbeiten ne nicht wirklich das blut schon feinst säuberlich weg machen sehr schön jetzt ist der eimer natürlich auch rot super gut dann nehme ich den eimer nehmen nehmen der geil so und dann da rein kommen ja deshalb dazu das lässt schon mädig oder auf der anderen seite dass du noch was ja sieht aber auch nie danach aus dass es so gut funktioniert ich nehme mal den eimer wieder raus ich lasse den hier stehen so beim scheiß drauf und was haben wir hier hier kommt nichts erst mal nicht okay und hier kommt neuer eimer wirklich auch nichts mehr hast du von gedrückt ah ja schön ist der boden ja wieder dreckig ja das ist ein bisschen ekelhaft ab in den eimer genau so dann können wir haben wir zumindest schon mal ein eimer ja wird das auch sauber wenn du das einfach drüber schüttet ist dort zum beispiel den fußspuren da drüber schütten genau was ist ja von so filigran ausgekippt jetzt krieg ich es nicht mehr hin gut na dann halt nicht so dann nehme ich mein mob wieder okay so mehnt ich das genau jetzt wird nicht sauber toll technik begeistert ja oder auch nicht ah komm mir anfangen ja das wird ja nie sauber ja nee das wird eine ziemliche oder ist ziemlich eine sauberei ich muss hier um die slasher marty glaube ich erst mal gucken genau das kannst am ende putzen erst mal sauber kriegen weil ich andauernd irgendwie fußspuren hier rein mache ja so ups weil das geht so mal jetzt hast du schon wieder ein fußspur aber du wirst nämlich langsam sauber sehr gut ja genau falls schon mal ausklicken so macht man das so es ist nicht so leicht nicht glaube ich also nein doch nicht so ich habe es wieder aufgestellt sehr fein da muss man erst mal hinbekommen so und wieder geblutet hast du ja ich habe meine tage naja irgendwas ist ja immer so so einmal toschieren ja naja gut es war ein bisschen daneben kollateralschaden muss auch so ich ja habe mich mal wieder dämlich gestellt und das auf einmal alles wieder voll ja weil ich das was ausgekippt hat das war mit blut ja ja auch macht ja voll laune ja ist ziemlich tritt der detektor würde man das hier was der macht ja ich mich auch fragen wir mal vielleicht sind da bomben irgendwo es wird immer mehr alle geschenk oh süß ich glaube der zeigt mir leichen an ach da wird es langsamer ne mehr kannst du diese geschenke da irgendwie öffnen ok eigentlich kann man vorher durchgelesen was wir machen müssen ja macht echt sinn also ich kann da mehrere stufen einschalten also das ja und da ist gar nichts und wirst du von das grün das scheint nichts zu sein da verschwindet jetzt muss wieder mehr ich glaube das soll mir leichenteile an und das hoch läuft jetzt mal wieder raus hätte ich jetzt metalldetektor gedacht eine bombe oder so was bist du eigentlich wortel load ach hier kannst du die eimer reinstellen wirklich ja ich nehme ein naja möchte voll sein ach so so meins die dreckigen eimer oder ja ok probieren was mal vielleicht ist der detektor einfach nur da wenn man schon ein bisschen geputzt hat dass man auch alles findet das kann auch sein ja dass man auch das was man dreckig machen so also das stück habe ich schon ein paar mal geputzt und es wird immer nichts genau sehr schön super richtig taste nehmen sehr brav so also mehr als zweimal geht nicht weil sonst mache ich hier hässliche flecken ja auf den schönen neuen teppich aber irgendwie muss ja auch die fußspur mal weggehen irgendwann vielleicht kannst du deine schuhe ausziehen ja wer vom vorteil oh nee der tolle tolle neue teppich ja und dann laufe ich nicht hä muss vielleicht mehrmals jetzt alles wasser ist dreckig sieht aber die da noch aus ja aber der macht mein mob nicht mehr so genau jetzt ist er sauber ok geht ja doch und einmal jetzt wird er langsam dreckig der eimer also du musst echt doch mal die schuhe ausziehen beim morden hast du das nie gelernt beim morden beim sauber machen ich muss den ganzen scheiß hier auch schon beim morden jetzt sehen sie deine fußspuren so jetzt ist er dreckig alter ich bin doch gar nicht reingelaufen das kann doch nicht wahr ja das musst du dann wahrscheinlich am ende machen was reinlaufen nee dann hinterher putzen sozusagen wie gehe ich jetzt am besten rechts vorbei geht nie da ist mir zu viel ne ich glaube du bist ja eh guck jetzt mal runter ob du jetzt eh schon spuren ach ne jetzt hast du keine spuren warte mal ich nehme mal den stuhl hier ja der mit dem roten stuhl hier sagt ja wieder eine andere bedeutung oder ja naja es ist sehr weihnachtlich habt ihr ne irgendeine weihnachtliche tradition eine weihnachtliche tradition gibt zweitig abend was esst ihr da so das übliche würde ich sagen so würstchen würstchen oder fisch was zahlte so gibt oder ist halt alles so erzeugt nur den eimer gut ich mache schon wieder fußspuren ok ich laufe mal ein paar meter ok schon vorbei so dann nehme ich mal ein paar eimer hier hoch hoch ich habe hier ja vorsicht ah entschuldigung muss hier durch ich bin kein arzt muss durch so ach so kriegst du die eimer weg ok menschen wir gut ja ich so schwer ist es ja nie eigentlich ne ist von der steuerung denke ich ist ein bisschen es ist ein bisschen frickelig muss mal zugeben aber es macht kurioserweise irgendwie doch spaß ja jetzt hast du ja egal äh hä ah ok ne biohaze ach so die kriegst du wahrscheinlich immer raus die eimer sind alle wieder da die du da reingestellt hast das kann ja nicht sein die verschwinden immer ach die die sind alle hier rüber geflogen ja ok vielleicht musst du sie in diese tonne hauen die eimer ja die eimer ich dachte die eimer kann man da so weg ok ziemlich kompliziert hier ne der passt da nicht rein Menno der ist glaube ich nur für die leichenteile ach so eigentlich wir haben es halt praktischerweise gleich im feuer verbrannt so egal wir machen hier weiter sauber oder ja ja wir können dann mal oben schauen was es noch gibt oh der bleibt hier äh du kommst her dich nehmen wir mit jo bring mal dich verstehe das ziel des spiels ist es einfach alles zu säubern ja und dabei werden dir halt ziemlich viele steine in den weg gelegt ja nicht nur ein paar sondern mhm auch eimer joa so ein bisschen alter ja wenn du zu nah bist kommen die blutspuren verstehe so macht ja fast sinn ah gut da liegt noch ne leiche aber es sieht hier ja der neue teppich den ich hab den boden erst frisch gemacht damals ja entschuldigung ja es hilft nicht ich hab die sauerei nicht veranstaltet ich ich auch nie ich hab mich jetzt gewundert ich mach hier nur sauber tja also dieses Jahr liebe Kinder gibt es nichts zu weihnachten ne es gibt keine helferchen mehr die elfen sind tot ups ja der fleck ist ein bisschen hartnäckiger der fleck muss weg ja das kriegen wir hin das kriegen wir hin aber irgendwo müssen auch die eimer hin das verstehe ich dann halt nicht ja das da müssen wir noch mal suchen ob irgendwo ein maschinchen gibt so aber die ecke ja sieht gut aus es muss ja hier irgendwie tnt geben das hab ich gelesen tnt kann man was wegsprengen ok vielleicht musst du noch mal gucken ob du auf der anderen seite noch öffnen kannst dieses Gerät ja kann ich normalerweise so ich mach hier noch ein paar flecken ja natürlich ich kann noch mal auch die wand kann ich noch mal ja immer kannst du noch aha jetzt bin ich mir nie so sicher machen wir mal lieber nicht aber hier siehts schon so aber jetzt musst du mehrmals sauber machen jetzt ist der komplett rot gut sehr schön so gucken wir mal auf der anderen seite ja was passiert hier oh ne er kommt hier schon wieder jetzt hast du einen Eimer umgeschmissen ach das war ein roter Eimer na super ja und damit bist du durchgelaufen ach das ist schön ja geil ach rein mit dem Fuß wahrscheinlich musst du so diesen Eimer diesen Bayonaise oder wie er hieß Eimer da reinkippen direkt schon dorthin stellen dass du dann dort am Ende da sauber machen musst ja gut meinst du hier so ja okay irgendwie da ich von außen nach innen putz richtig ok aber du musst doch wo in der Aussaugtmann die lauf mal schau mal ob du vielleicht oben irgendetwas findest um die Eimer stimmt oder verbrennt die Eimer das wär auch ne Möglichkeit ich geh mal hier ooo schon wieder so viel Sauerei hier süß also theoretisch müsstest du natürlich von oben anfangen also von hier oben theoretisch ja super ich nehme mal die biohazer kiste ja erst mal so jetzt zeigen wir mal wie es wirklich geht ja jetzt wissen wir es ja vielleicht hoffen wir mal erst mal sauer machen komm her du wir haben sie halt leihverbrannt aber was soll es ja ein bisschen eins tetti der rest kommt kopf also irgendwas ja der teil ich kann auch springen cool gut zu wissen so dass dieser einmal bald böse der guckt raus so jetzt nicht mehr da liegt noch einer die tote leise rein mit dir ich will gern zuschlagen ja jetzt gemacht geblättert na gut das sollte aber gehen denke ich ja oder liege hinten liegt noch einer na gut der hat sich versteckt ne die sehen alle gleich aus ja irgendwie schon so ein bisschen so damit ist dieser einmal voll ja aber hier oben ist immer leer das hört sich so richtig ekelhaft wo hin muss es das ist eine gute frage die türe ich stelle es mal ich stelle es mal hier ist das hier bitte wippe du karte und pull sie krank do not put gym on around the device hast du irgendwie so ne karte? ne karte? ne ne mob nö nö dann geht das noch nie okay okay dann hole ich mir hau manns feuer vielleicht hau nie da ab mal gucken ein eiseneimer der verbrennt macht er ja nie siehst du ja selbst das wasser nie die müssen doch irgendwie kann man denn da auskippen ach so nee du kannst du einfach so auskippen wo müssen die einmal ja das ist eine sehr 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 gute frage nom 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 da kommen uns noch mal um hier also da kommen meine bei was für eine kiste sie auf ja da kommt irgendwas rein immer zu gut was bist du ein radio ach so hier so allgemein aufräumen ja mit messer dran na komm das klappt ja gut sehr schön ach so das sind ach so das ist bloß das kabel irgendwie so dann haben wir hier da hing was ja sind die renntiere gewesen eine waffe kann ich aber nicht was ein spielzeug oh tnt geil kann man das irgendwie benutzen ich nehme mal das tnt ja natürlich ist das mal an ja mach ich hier ist ja dann einfach alles sauber ja genau sauerpust und ich glaube wir sind tot ja ich glaube wir sind der nächste blutfleck oder so so karlis war das ist ihnen klar was man machen müssen ist ihnen klar was man machen müssen ihre performance will be value as a three you maybe aha kannst du vielleicht in die steuerung gucken äh options ja vielleicht haben wir noch irgendeinen knopf hier den man nie jo w r sd ja maus 1 maus 2 mob hands schiffer jump left shift walk joa pager message aha mit t push to talk also multiple aha show menu escape na gut okay den pager mit t höchst noch mal anschauen ob man da irgendwas ach so da können einfach mehrere zusammen putzen wahnsinn ja so also gibt es hier gar nicht so viel ist das jetzt noch unsere stelle hier wieder oder ist das jetzt normalerweise müsste es im groben noch weiß ja genau so aus ist jetzt ein bisschen was explodiert unser blutfleck ist jetzt auch da siehst du ja gut also hier nur mit den eimern kurs sind halt der nächste bichtel der hier sauber machen muss wahrscheinlich ja sinnlos genau es kommt nur noch arme und beine und gedärme so ich lass mal fallen den scheiß so hier an der maschine ist wirklich zum schluss zum saubermachen aber genau arme und beine mache ich einfach schon mal weg nicht dass da einmal dreckig wird oder genau der flur muss hübsch sein okay jetzt haben wir ein eimer scheiß drauf so ich geh mal das ist halt doof dass der eimer halt ziemlich schnell voll ist das ist eine tür oder wo das sieht so da sind noch welche drunter oh komm das kann nicht wahr sein das ist der detektor wahrscheinlich entdeckt ich glaube du brauchst so ein neues gerät so ein bionist wie es hieß so eine kiste ja auf jeden fall die haben wir jetzt wirklich zufälligerweise entdeckt ja super oh man also weihnachten ist schon schön ja was für eine sauerei hier so meine kiste genau ja wo waren wir stehen wie vorhin beim weihnachten ja bei uns gibt es die zitronenbratwurst in der region die ist echt lecker oh zitronenbratwurst echt lecker hey hört sich echt lecker an ist es auch die ist so ungebrüht okay und dann tust du kurz so anbraten halt und hin und her die schmeckt echt lecker und hat dann so eine leichte zitronenote halt mit drin mhm lecker ja das schmeckt auch gut und wie habt ihr früher den weihnachtsabend so im generellen verbracht naja gut als kind wenn ich das so sehe haben wir immer alles also haben wir so gegen 16 gegen 16 Uhr kam die Omi und so also die Familie alle dann kam gegen äh dann gab es gegen 17 Uhr dann Essen schon oder 18 Uhr ins Nordpäden weiß ich nicht mal ganz genau so eine normale Uhrzeit halt und ja dann sind mal und danach war eigentlich Bescherung mhm manchmal war auch schon vor dem Essen Bescherung ich weiß es aber nicht mehr ganz genau okay vor dem Essen ja manchmal so ich glaube die Kiste ist voll sind doch alle drin oder ja ja genau ja und dann ist der erste Tag ja auch so gut wie rum ne nach der Bescherung ist Spielen angesagt gewesen ja klar war irgendwo ist ja irgendwo selbstverständlich die neuen neu gekriegten Sachen gleich mal ausprobieren mhm oder sogar eventuell wenn es blöd läuft kaputt machen ja weil hält ja nichts das Zeug so jetzt müssen wir alles sauber kriegen genau ja und das war es dann auch schon mehr haben wir nicht gemacht hört sich gut an mhm sehr gut blöder Eimer blöder Eimer böser Eimer ich denke Einer wird Blut sein und der andere Laischen ja weg damit komm wir setzen uns als Ziel dass wir wenigstens den oberen Raum einigermaßen ja zumindest den irgendein Ziel will ich schon ach einfach wegschmeißen wir wollen nur den oberen Raum so Eimer ja komm Eimer ja mein Gott ja so war das eigentlich bei uns das ist denke ich mal relativ identisch überall ja hätte ja sein können weil ja manche haben es ja oder sich sonst läche andere haben es ja auch anders jetzt ja so jetzt ist er sauber von hinten musst du wahrscheinlich ja ja ich will erst mal hier jetzt sprich oh oh so man muss direkt reinziehen verstehe okay so dann hast du da noch Fleck drin äh genau erst mal grob ja grob sauber machen muss direkt drüber stehen wahrscheinlich damit dann so ja dann wird er sauber okay gut zu wissen so erst mal den Durchgang schaffen ja dass man sich die die Blutspuren schon mal abtreten kann weil wir machen immer noch wow was für Blutspuren ja dann müssen wir vielleicht erst mal alles soweit clean kriegen oh ich stehe glaube ich auf dem Eimer sehr gut einmal kannst du Globina der ist aber schon der ist sauber aber nee der Mob ist sauber ja ja aber der Eimer ist gut rot deswegen müssen wir von hinten anfangen damit er da hinten immer hin muss zum Säubeeren ja sehr schön supi jetzt ist er glaube ich ja jetzt ist er glaube ich aber es sieht schon annehmbar ja langsam ist es wieder wie in meinem Kinderzimmer nee ich glaube jetzt wird er nochmal sauber ja das hat Sinn gemacht durchaus ja deswegen jetzt einfach von hinten auf vorne putzen so wieder runter damit gut ist und jetzt kriegt man wieder ein Leichenteil nee oh oh wie schön direkt ein Eimer genau dahin und hinter ich nehme ein Stück mit ja direkt im Dreck auf den Schreibtisch dort sollte man ja nichts mehr dreckig machen wenn wir durch sind ja ah jetzt darf ich schon wieder ja komischer Mob ja bei mir sorgt der Meerblut auf ja auf jeden Fall also das kann ich absolut nicht verstehen das ist keine Markenqualität nee okay hier ist nichts mehr oh ja mhm der Tisch hoch bin ich hier hochgekommen einmal geht noch ja ab und zu irgendwann sieht man dann ja was noch geht und was nicht mehr ja jetzt sind auch hier aktuell keine Spuren mehr sehr gut ja äh okay da standest du wahrscheinlich naja ganz leicht sehr komisch ja ist halt nicht unbedingt so abgeglichen so ich mach nochmal ah hier ist ein Blutfleck auf dem Tisch auch hier ist Dreck wo ja das war dort drunter so ja dann machen wir hier mal ein bisschen geht noch so jetzt ist der Eimer ah jetzt kannst du nochmal guck nochmal oben rum so ja hier sieht's gut aus ganz gut aus ja dann wischen wir noch das bisschen Blut hier weg das bisschen ist gut gesagt mhm jetzt ist er full jetzt brauchen wir nochmal einen neuen Eimer wohl mhm super so diesmal kachel ich ihn nicht um was hältst du davon einfach runterwerfen mhm genau Dachschrägen gibt's hier auch so jetzt sind wir wieder Blut gespritzt aber das kriegt man dann schon wieder weg ja das bisschen das war klar bam Eimer haben wir vorsichtig rausziehen ja sehr fein willst du die Treppe auch noch machen oder wirklich nur hier oben ich würde wirklich nur hier oben machen weil wir müssen ja noch die Tische wieder richtig hinstellen und so ah stimmt okay ist doch noch gut Arbeit hier so Mob ist sauber aber du nicht nein äh das können wir ändern so perfekt so ach da war ja auch noch was mhm passt immer noch nicht selber auch meno halt ist ja auch komisch na gut vielleicht kommen die auch random einfach das wäre ja auch blöd aber ne du standest vorhin da drin naja gut ach doch das muss Schatten ah ok cool ist jetzt sauber ah hier noch am Geländer kannst du ja ein bisschen die Treppe da anfänglich so wir müssen zum Schluss sowieso noch mal durchmobben so wie es aussieht ja so ah warte solange wir noch sauberes Wasser haben genau mach mal die Treppe so ein Stück weit mit genau so gut supi das sieht das doch schon wieder mobbing mobbing ist das hier übrigens ja mobbing in ganz feinster Art ist hier noch irgendwie Blut das sah so aus so eine leichte Schicht ne so oben direkt an der ersten Stufe oben das sah so aus oder ist das nur Schatten das ist glaube ich nur Schatten aha ok ok ich würde sagen also so passt es ja dann genau ich kann über den Haufen laufen so tschüss einmal so so die Bretter wieder rein wenn es überhaupt geht ich glaube bald nicht es geht schon genau es reicht doch nein ich glaube die kannst du gar nicht richtig legen genau die fallen trotzdem rein aha super ich lege sie mal ins Loch genau kann der Tischler vom Dienst kommen richtig und kann die ordnungsgemäß hier reinlegen so so sehr schön das machst du super ja das ist cool zwei Stühle auf einmal aufgestellt schau mal bitte mit dem Detektor ob vielleicht in den Geschenk eine Bombe ist vielleicht ist das auch sowas hm es piepst nicht wirklich schnell so nee nee hier wird es langsamer hm ne und das grüne jetzt nee nicht wirklich jetzt wird es schneller sind das diese Patronen das könnte sein probier mal die machen wir die Patronen wo was na gut wo kam das jetzt her keine Ahnung mobben so so weg damit die Patronen einfach runterwerfen ah die war blutverschmiert ah oder nee ja vielleicht sollte man am Ende wischen erst alles sauber machen und dann wischen das macht natürlich durchaus Sinn naja ist auch immer die Frage wie ist es jetzt richtig der Teddy könnte ja auch blutgetränkt sein er haut ihn weg obwohl naja ah der sieht noch gut aus aber weg damit aber weg damit ja Stuhl wieder richtig hin mhm so sehr schön zack hier ist ein Brief kann ich nie lesen my present say I was good ach naja ok das sieht man nicht mal alles zusammen das ist auch ok die müssen jetzt nie filigran liegen nicht doch ok ja soll ja schön aussehen ok so zack das sind ja wohl Spielzeugwaffen sehr schön das hast du gut gemacht vielleicht durch die Dachschräge kommst du da nie so ran oh njetze sehr schön oh sieht doch schön aus da liegt noch ein Geschenk auf dem Boot ach das auch noch das musst du bestimmt daneben stehen lassen das ist zu groß ja und eine Patrone liegt dann noch ja weg damit so auf die auf die saubere Treppe ja natürlich äh mhm jetzt steht es wenigstens gerade jetzt nimm mal so ja haben wir jetzt alle ja da lag da hinten da liegt noch eine Patrone ah ok hab ich ein bisschen übersehen Entschuldigung so mach die Frühschicht dann und den Zettel noch aufheben welchen ach den und die beiden Zettel da so kann ich den zusammenknüllen nee bleibst du stehen wie es liegt ist ja aha ich wollte nicht den Stuhl greifen schönes Häusel aber ja auf jeden Fall wenn es mal sauber wäre ja also das ist wirklich eine äh Lebensaufgabe ja so das irgendwie sauber zu kriegen und sauber zu halten vor allem die Patrone liegt dort wo ich werde bekloppt auf der ersten Stufe da da rechts also das geht nicht ok so ist jetzt alles sauber ja hier das Stück ist sauber gut ich glaube hier wäre noch sehr sehr viel Arbeit ja das brauchen wir jetzt aber nie machen ne nee nicht wirklich wenn euch das Spiel gefallen hat es gibt es bei Steam jo zu erwerben äh wir wissen nicht wie viel ja genau aber es ist jeden Cent wert genau total ihr seht es ja in dem Sinne wir bedanken uns fürs Zuschauen jo ich bedanke mich auch bei dir dass du mit dabei warst ja bitte sehr Marco bitte danke mein ich doch gern für dich bitte gerne danke genau und ich wünsche euch weiterhin natürlich eine schöne Vorweihnachtszeit und würde einfach sagen bis zum nächsten Türchen ciao 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 ciao